Bei uns ist die Young Schumacher zu Gast. Wenn wir in einigen Bereichen sehenden Auges Arbeitslose ausbilden, kann das irgendwie auch nicht der richtige Weg sein. Aber wie gesagt, das gab es eigentlich schon vor der Pandemie und ich will das auch nicht zu überspitzt formulieren. Was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber das ist natürlich ein Blick, den vielleicht eine Politik auch darauf hat. Da gibt es auch sehr prominente Beispiele aus den letzten 10, 15 Jahren. Wo immer wieder auch dieses Stichwort Systemrelevanz auftaucht, was uns jetzt natürlich noch viel mehr anblinkt, als das damals war. Aber das ist natürlich ein Thema.